Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Valheim und heute ist der Knochenboss am Start und ich entwickle mich im Discord denn der Dachs auch mit dabei. Man müsste auch das richtige Passwort eingeben. Ja. Außer du hast dich vertippt, was ich glaube. Nein. Ich finde den Totenkopf hier immer noch geil. Das ist der Knochenboss, äh Knochenwanst. Warte mal, bevor du das machst, du musst was trinken. Ja. Darko, 5 Euro im Stream, wenn ich da reinspringe? Erstens, ich habe noch nie gespendet, also keine Ahnung wie das geht. Und zweitens, nö. Okay, für das nö. 10 Euro, ich spring jetzt rein. Das ist ein Alfa, Mann, da boah. Ich habe das gerade eben schon probiert. Wow. Ich habe noch kurz was zu tun. Jo, mach das. Okay, schubse ich dich ins Wasser. Oh Gott, ne. Ich habe sogar versucht. Ich wollte dich nur zwischen die Bäume schubsen. Warum nicht ins Wasser, wo ich krapiere? Wow. Du bist da hingerannt, da wollte ich dich dann einfach ins Wasser schubsen. So, essen muss ich nicht essen, hab ich. Ich möchte mir das Essen aber mal in die Hotbar legen. Sicher, sicher. Ähm, das, das, die Knochen müssen da noch drinne bleiben. Sagt Bescheid, wenn ich kann. Ich, der Feigling. Ich überlege gerade. Erstens, weißt du ungefähr, wie groß du bist. Und zweitens, äh, war der Spawner, also Spawner gleich, wo du da bist. Also muss ich schon draufziehen. Hä? Opfergabeunfall? Scheiße, wir brauchen 10 Knochen. Steht da. Ab in die Krypta. Ich habe nur 3. Ja, ab in die Krypta. Hast du eine Pike dabei? Für Wegfreischlang? Ja. Okay. Ähm. Ich habe ja immer alles, was ich brauche dabei. Bin halt vorbereitet. Ähm, Krypta, 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 Krypta. Da ist einer. Ha! Leute, die steht safe genau aus diesem Grund da, falls sie mal so blöd ist. Also 7 Knochen brauchen wir noch. Was? Du hast mal 1 dabei? 3. Wir brauchen 10. 8 stand da. Nee, doch. Hättest du das gebrochen? Nee, ähm, wähle, äh, zwischen, äh, bei der Hotbar zwischen 1 und 8 aus. Ah, B, Y. Ach, das bist du. Ups. Hey, Eisen. Du trägst zu viel. Einfach liegen lassen. Darum sind wir jetzt wirklich nicht hier. Äh. Nih, ein, 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 ein. Knochen, Knochen, Knochen. Dort waren Innereien. Ja, ich lasse das wohl erstmal alles hier. Können wir ja schon im Nachhinein noch abholen. Da ist nur Geld, da ist nichts. Ich habe halt auch leider nur eine Picke mit. Kannst halt auch wenig helfen. Ich habe gar nichts dabei. Das ist es halt. Eins, zwei, tot Darko brauchst du nicht weiter aufkloppen Hier rein, los Eins, zwei, tot Eins, zwei, weg Äh, aus Dauer Du solltest den auch treffen Noch mehr Eisen Hau ich vorne mit in die Kiste rein Hier verwitterte Knochen Ja, das ist so ein Ding für den Knochenwanst Ja, die brauchen wir halt, oder? Ja, nee, diese Rune dort Nein, ich mein den Knochen, nicht die Rune Äh, das da rein Das kann raus, das da rein Ist immer so, ich mach diesen Weg nicht zurück Ohne den Scheiß raus wenigstens Versuch zu haben Ne, ich auch nie Wir können auch im Sumpf noch rumrennen Da gibt's Club auch noch Sachen mit Knochen Noch auf Dauer regenerieren Oh wow Normalerweise würde ich mich freuen, wenn wir so viele hätten Ja, überall brauchst du bis jetzt noch drei Sachen Außer bei dem Fettband Da braucht man natürlich zehn Oh, hier ist Sense im Gelände Hast du kontrolliert, ob irgendwo was auf dem Boden rumliegt? Da liegt nichts, das ist einfach nur ein leerer Gang Eisgekühlte Joghurette Geht's nicht überhaupt weiter? Das sieht nicht danach aus Ne Haben wir ja noch einen Gang Sicher? Den mittleren Ah ja, das stimmt Ah, du müsstest auch noch Knochen durch den Schrott kriegen Arsch Ja, ich komm da nicht durch Ich komm da nicht durch Ach so Ja Wow Gut Und ich nehm einfach mal eins Mit dem Schrott krieg ich Ich doch, ich hab einen So, kannst Wir haben doch sowieso das Boden mit, oder? Ja Können wir es ja später noch vollladen mit dem ganzen Malen Ah, hier hinten ist nix Jedenfalls ist das aus den Kisten Also, ich hab vier Redoast, eins und mal bei fünf Ah, da hinten geht's auf jeden Fall weiter Na ja, da sind wir doch erst nur Folge 60 soweit Das kann ja keiner wissen Und wie's hier weitergeht Kommst du da schon durch? Meine Ausdauer ist im Arsch Wow, man sollte vielleicht auch die Sachen ausrüsten Ich hab keinen Ausdauer mehr Da liegt wieder ein Knochen rumge Sechse, sieme Also drei Stück bräuchten wir noch Und hier ist auch wieder Eisen und alles mögliche drin Und hier ist auch wieder ein Knochen rumge Und hier ist auch wieder ein Knochen rumge Doch, da ist ein Schleibling Der in der Luft rumge Jetzt da Gibt's da bei dir noch weiter? Da sind wieder zwei Gänge, ja Also eigentlich gut, aber irgendwie auch nicht Meine Picke ist sowieso bald am Arsch Ende im Gelände Und wie viel, guckt man ins Inventar, wie viele Knochen hast du jetzt da? Einen, du kriegst aus den schlammigen Schotterhaufen keiner Doch, kriegst du Nur Lederreste und Ne, ne, du kriegst auch Knochen raus Wir haben in der Base mittlerweile so viele Knochen davon Ich will nicht zu viel Haltbarkeit verschwenden Kommst du da durch? Dankeschön, wenn du Hilfe brauchst, ich würde den nächsten Gang nochmal frei Okay, hier sind wieder zwei Knochen Jetzt haben wir schon neune Wie viel hast du? Ach, mit deinem sind's neune noch Ey, Daku, ich bin direkt neben dir Hier ist der letzte Gut, wir haben alle, kannst aufhören Ich hab jetzt auch einen, wow Äh, hier liegen sogar drei rum Und ich trag zu viel, warte mal, das kann weg Ja, du hast ein Haufen Eisen eingesammelt Das kann weg, das kann weg Ich schmeiß das einfach mal in die Kiste rein, das Eisen Wenn da noch Platz ist Also, können wir ja später nochmal wiederkommen Nach dem Boss Ey Ich schau die ganze Zeit raus und runter, darf ich mich an Die haben Angst vor mir Jetzt hat jetzt die Frage Wo würdest du dich am liebsten hinstellen wollen, egal wie groß er ist Äh, ist scheißegal, wir müssen auf den und auf den einkloppen Da ist nix mit wegrennen und Pfeile schießen, Daku Dieser Feigling Äh, fünf Ich mach das abwechselnd, weil Feuer Damage kriegt er immer mal wieder Oh scheiße Da war er auch Sch-Alter Zum Glück hab ich schon ein Giftdrank genommen hier Ach, ich stuhle, ich hab doch Ausdauer, äh, Ausdauertränke Ich kann aktuell keinen Trank nehmen Ich bin gleich down 42, 40 33 Gift ist weg, ich muss kurz dracken, ne Chef, du, äh, probier's jedenfalls Eikler ist wieder auf dich, Akko Boah, die Mucke, yeah Boah, ist der hässlich Das erinnert mich an irgendjemanden, ne Gift Gift Ich geh denn eigentlich mal von Gift heute Da oben da auch, Tim, mit dem Skelett Und dann schießt Ja, ja Ja, ja Ja Wir müssen halt aufpassen, der regeneriert auch Leben Ja, ich bin grad beschäftigt Gift Schaden und Schleimlinge Oh fuck, ey Du müsstest dich dann mal, wenn ich wieder auf den Eil kloppen kann, um das Skelett da oben kümmern, das nervt Hast du immer noch da? Ja So 7 6 Wo ist er? Hier bei mir irgendwo Ich mach das Skelett oben weg Ich mach das Skelett oben weg Ich mach das Skelett oben weg Das Skelett oben ist down Mitbekommen Ich hab's schon gemerkt, ich kann nur sein Schaden der Rutsch machen Ausdauer ist weg Und ich hab noch 50 Leben Obwohl ich hab auch nicht mehr so viel Obwohl ich hab auch nicht mehr so viel Obwohl ich hab auch nicht mehr so viel Ja, ich kann erst in einer Minute wieder Dreck nehmen Kannst du dich um das Skelett und das Slimeling kümmern, der hier rumpimmelt? Der hat eine Giftfolge gemacht, das ist geil Oder auch nicht Ne, stimmt, oder auch nicht Scheiße Scheißen, Scheißen, Scheißen Ich bin down Ich hab keine Ausdauer Und wir haben kein Bett gesetzt in der Nähe Fuck, stimmt Da war ja was Ich bin down, ich bin tot Mach halt Lüll Warte auf, lass dich sterben Lass dich sterben Lass dich sterben Kann ich nicht einfach weglaufen? Ne Dann bist du hier, weil dann kannst du auch kleine Keule mitnehmen Ok, warte, lass mich in der Nähe von dem Der verschwindet doch eh wieder Ne, nicht nur, dass ich mein Grab leicht finde Ja, das wissen wir doch wo es ist Das wissen wir doch wo es ist Ja, guck, ich mach dem echt kein Damage Ne, bin down Das, 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 das Wollte der jetzt das haben? Köpfe Köpfe, genau Oh Gott Einvermitterte Knochen brauchen wir Ja Oh Scheiße, und ich brauche essen Und wir haben genau 82 Stück Ähm, was war jetzt noch? Und Kernholz Der ist jetzt auf 4 Das ist maximale Qualität Okay Ich hab mir jetzt noch den Hörsprecher schnell abgegradet Der geht bis maximal Stufe 4 Ja, stimmt Ähm, Keule Ja, stimmt Willst du meinen Hörsprecher haben? Der ist jetzt auf Stufe 4 Kann ja auch was ja, kann ich versuchen Wenn wir nicht stehen Wenn wir nicht stehen Äh Wir wollen das machen, wollen wir da direkt hinfahren Ne, wir gehen zu Fuß dahin Wir müssen uns nämlich irgendwo außerhalb, ähm, eventuell eine kleine Base bauen, wo wir mal wirklich ein Bett setzen Jep Können wir gerne, aber du kommst doch nicht zu Fuß hin Den weiten Weg kannst du doch nicht übers Wasser schwimmen Ähm, warte, da ist er Da ist Ebene, da kommen wir hin Das müsste machbar sein Tatsächlich Erstmal schlafen, Darko Wir, wir gehen halt durchs Portal Und dann Direkt, ähm Geradewegs dorthin Müssen wir jetzt eben mal, eh, ein oder zweimal über eine Ebene rennen Aber das ist ja, äh, Latte wie Bockwurst So, ich beende ganz kurz die Folge hier Ja, das war dann wohl der Größte Reinfall ever, den wir bis jetzt, äh, hier erlebt haben Und wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da Lasst Kommentare da Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und Bye Bye Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Vielen Dank.